weihnachten steht vor der tür sagen die erwachsenen ich öffne die tür und sehe nach die putzfrau fegt den flur wo steckt weihnachten nur ich blick nach oben nach unten nach rechts nach links ungerade aus da bellt der hund von nachbar kraus wo steckt weihnachten frage ich mich schließe die tür gehe zurück und denke die erwachsenen sind manchmal verrückt weihnachten nehmt die tür verraten schluck w schluck 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 Untertitelung des ZDF, 2020